»Wir sollten umkehren«, drängte Garret, als es im Wald um sie zu dunkeln begann. »Die Wildlinge sind tot.« »Machen euch die Toten Angst?«, fragte Sare Wymeroyes mit nur dem Anflug eines Lächelns. Garret ließ sich nicht darauf ein. Er war ein alter Mann über fünfzig und junge Lords, hatte er schon so manchen kommen und gehen sehen. »Tod ist tot«, sagte er, »die Toten sind nicht unsere Sache.« »Sind sie denn tot?«, fragte Royes leise. »Welchen Beweis haben wir?« »Will hat sie gesehen«, sagte Garret. »Wenn er sagt, dass sie tot sind, dann ist mir das Beweis genug.« Will hatte es gewusst. Früher oder später würde man ihn in den Streit hineinziehen. »Meine Mutter hat mich gelehrt, dass Tote keine Lieder singen«, warf er ein. »Das hat meine Arme auch gesagt«, erwiderte Royes. »Glaub nie etwas, glaubt nie etwas, dass du an der Zitze einer Frau hörst. Selbst von den Toten kann man etwas lernen.« Seine Stimme hallte nach, zu laut im dämmerigen Wald. »Wir haben noch einen langen Ritt vor uns«, erklärte Garret. »Acht Tage, vielleicht neun, und es wird Nacht.« Unbeeindruckt saß er Waymer Royes zum Himmel auf. »Na, was wird es jeden Tag um diese Zeit? Beraubt dich die Dunkelheit deiner Manneskraft, Garret?« Will konnte den angespannten Zug um Garrets Mund erkennen, den kaum unterdrückten Zorn in seinen Augen unter der dicken, schwarzen Kapuze seines Umhangs. Garret gehörte der Nachtwache seit vierzig Jahren an, als Mann und schon als Junge. Und er war es nicht gewohnt, dass man sich über ihn mokierte. Doch es war mehr als das. Hinter dem verletzten Stolz bemerkte Will noch etwas anderes bei diesem alten Mann. Man konnte es wittern, eine nervöse Anspannung, die der Angst gefährlich nahe kam. Will teilte sein Unbehagen. Vier Jahre war er auf der Mauer. Als man ihn zum ersten Mal auf die andere Seite geschickt hatte, waren ihm all die alten Geschichten wieder eingefallen, und fast war ihm das Herz in die Hose gerutscht. Später hatte er darüber gelacht. Inzwischen war er ein Veteran, hatte hundert Patrouillen hinter sich, und die endlose, finstere Wildnis, welche die Südländer den verwunschenen Wald nannten, konnte ihn nicht mehr schrecken. Bis zum heutigen Abend. Heute war irgendetwas anders. Eine Schärfe lag in dieser Finsternis, bei der sich ihm die Nackenhaare sträubten. Neun Tage waren sie geritten, nach Norden und Nordwesten und dann wieder nach Norden, immer weiter von der Mauer fort, hart auf den Fersen einer Bande von Plünderern. Jeder Tag war schlimmer, als der Tag zuvor gewesen. Heute war der schlimmste von allen. Kalter Wind.